Moin und herzlich willkommen zum Reisebuch-Tag. Die liebe Claudia vom Kanal Beauty Butterflies hat sich diesen Tag selbst ausgedacht und ich wurde gleich von ihr nominiert und ich mache natürlich sehr, sehr gerne mit. Es sind zehn Fragen, zu denen man passend zum Thema Reisen Bücher zeigen kann und ich habe mir jetzt echt lange Zeit genommen, die Bücher rauszusuchen. Ich finde das manchmal echt schwer, da genau das passende Buch rauszusuchen und ich achte dann immer noch ein bisschen drauf, dass man mal Bücher zeigt, die man noch längere Zeit nicht mehr in die Kamera gehalten hat, dass man nicht immer über dieselben Bücher redet. Das ist auch nicht immer ganz einfach, aber ihr werdet ja jetzt gleich meine Auswahl sehen. Wir fangen an. Ich habe hier meinen Laptop neben mir stehen, sodass ich mir die Fragen hier immer durchlesen kann. Wir fangen an mit Once in a Lifetime Trip, die Reise deines Lebens. Welches Buch hat dich nachhaltig berührt? An welches Buch musst du immer wieder denken? Ja, fand ich gleich am Anfang eine sehr, sehr schwierige Frage, denn ich finde, da stecken irgendwie mehrere Sachen drin. Once in a Lifetime Trip, also die Reise meines Lebens, war für mich gleich klar, da muss eine Lieblingsreihe, ein Lieblingsbuch her, was wirklich ganz Besonderes für mich ist, aber auch für sich sehr gut stehen kann. Also eine Reihe, ein Buch, was nicht so vergleichbar ist mit anderen. Ich habe natürlich gleich an Harry Potter gedacht, dass für mich einfach was sehr Besonderes ist, aber ich will, wie gesagt, ja nicht immer von denselben Sachen reden. Dennoch habe ich jetzt eine Reihe rausgesucht, über die ich dennoch sehr, sehr oft rede, aber es hat einfach sehr, sehr gut gepasst dazu, weil es heißt ja auch noch in dieser Frage oder in dieser Aufgabe, dass das Buch einen nachhaltig berührt hat und in diesem Buch kommen viele berührende Szenen vor und ich muss da immer wieder dran denken, besonders jetzt auch, weil diese Reihe als Serie verfilmt wurde. Ich spreche von Der Goldene Kompass von Philip Pullman. Ich habe nichts Vergleichbares bisher gelesen. Man kann es kaum in irgendein bestimmtes Genre reinstecken. Es hat fantastische Elemente, es hat gewisse, ich weiß nicht, Steampunk-Elemente, finde ich sogar und viel Gesellschaftskritik, viel Philosophisches, viel Religionskritik und ich finde, da kann man extrem viel rausziehen. Also da denke ich immer wieder gern dran zurück und wie gesagt, sehr, sehr viele berührende Momente hat es auch. Ja, das ist glaube ich einfach eine Reise in die Bücherwelt meines Lebens, die so nicht nochmal vorkommen wird. Natürlich hätte ich hier auch Harry Potter nennen können. Zum Inhalt möchte ich jetzt aber nichts mehr sagen, weil ich finde eh immer sehr, sehr schwer, diese Reihe zusammenzufassen, diese Reihe zu erklären. Und ich habe in letzter Zeit, finde ich, sehr viel darüber gesprochen, aber wenn ihr euch dazu irgendwie ein bisschen mehr durchlesen möchtet und euch darüber informieren möchtet, wenn ihr es noch nicht kennt, dann könnt ihr es natürlich gerne mal schauen und googeln. Es läuft, wie gesagt, gerade eine Serie, eine Verfilmung auf Sky. Mir fehlen jetzt noch die letzten zwei Folgen und ja, weil ich ja den Film sehr, sehr grottig fand, war ich sehr gespannt, wie sie das jetzt als Serie umsetzen. Ja, es ist auf jeden Fall ganz anders geworden als der Film. Ja, aber das dazu zur ersten Frage. Wir machen weiter mit der zweiten Aufgabe Völkerverständigung. Zeige ein Buch von einem Autor, der weder auf Deutsch noch auf Englisch im Original geschrieben hat. Das war schön, weil es nicht so viel Auswahl gab in meinem Bücherregal und deswegen habe ich mich für noch ein Lieblingsbuch entschieden, was ich längere Zeit nicht mehr in die Kamera gehalten habe und deswegen das jetzt sehr, sehr gerne tue. Und zwar ist das Anton hat kein Glück von Lars Vasa Johansson. Und der Autor ist Schwede, schreibt also im Original auch auf Schwedisch. Und hierbei handelt es sich um eine Geschichte über einen Berufszauberer namens Anton, der mehr schlecht als recht sich über Wasser hält, immer in Schulen und in Altersheimen mal auftritt, ist relativ zufrieden mit sich, wäre da nicht sein Jugendfreund, sein Kindheitsfreund und mittlerweile größter Konkurrent, der unglaublich erfolgreich ist, noch dazu mit seinem größten Schwarm von damals, mit seiner Liebe, mit seiner Teenie-Liebe durchgebrannt ist. Und die haben jetzt halt so eine riesige Zaubershow. Das frisst die natürlich auf. Außerdem ist er mittlerweile so ein bisschen in die Midlife-Crisis geraten. Und während er auf einer Tour ist zum nächsten Job, hat er einen Autounfall und er ist mitten im Wald gestrandet und sucht nun nach Hilfe, streift durch die Wälder und begegnet einem kleinen Mädchen, die ihn bittet, verschiedene Blumenarten zu pflücken. Und er macht das natürlich nicht und geht weiter und sie verflucht ihn. Er wusste aber nicht, dass das eine Waldfee war, eine, ja, die ihm, ja, die Berechtigung hat, einen Fluch auf ihn zu legen. Und ab dann scheint er die ganze Zeit Pech zu haben. Ist dieser Fluch Realität oder nicht? Und er hat noch weitere Abenteuer in diesem Wald und es ist sehr komisch, hat aber auch was Berührendes, weil wir immer wieder in seine Vergangenheit springen, aus der Kindheit, warum er überhaupt diese Zauberleidenschaft gewonnen hat und wie das mit dieser Freundschaft zu seinen mittlerweile Rivalen verlaufen ist. Und ja, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich werde da sicherlich irgendwann wieder zurückkehren. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Drittens, Fantasy-Reise. Welche fiktive Welt hat dich am meisten begeistert? Auch da kann man natürlich wieder an Harry Potter denken. Diese Welt hat mich begeistert. Und ich finde auch bei dieser Frage, die Welt muss man toll finden und man möchte da gerne verweilen. So habe ich das interpretiert. Und Hogwarts ist natürlich etwas sehr, sehr Schönes. Dennoch finde ich, dass das keine eigene Welt ist, weil Harry Potter spielt in unserer Welt. Also die Welt ist irgendwie integriert in unserer. Und deswegen ist das für mich keine eigene Welt. Und ich wollte ja auch nur mal was anderes suchen. Und ja, da bin ich über Alice im Wunderland gestolpert. Natürlich auch Nania und auch Herr der Ringe. An Herr der Ringe habe ich gedacht. Aber als ich auf eine, ja, auf die Bücher geblickt habe, die ich euch jetzt vorstellen möchte oder zeigen möchte, war mir klar, das möchte ich bei dieser Frage zeigen. Und zwar ist das hier stellvertretend die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer von Walter Mörs. Zermonien ist für mich eine Welt, die einfach so vor Kreativität und so vor Detailverliebtheit und verrückten und skurrilen Dingen wimmelt. Und es ist so schön bunt und verrückt und lustig und besonders auch die Stadt der träumenden Bücher ist so bibliophil. Also wer bitte schön möchte als Leseratte nicht mal diese Stadt besuchen, die Stadt der träumenden Bücher. Und auch viele andere Orte von Zermonien, die sich Walter Mörs immer wieder so grandios ausdenkt. Und ja, ich finde Zermonien begeistert einfach von hinten bis vorne. Und deswegen habe ich mich jetzt hierfür entschieden. So, was haben wir als nächstes? Übergepäck. Zeige ein schweres oder beziehungsweise seitenstarkes Buch aus deiner Sammlung. Auch hier habe ich mal ein Buch gesucht, was ich sehr, sehr selten in die Kamera gehalten habe. Und zwar ist das eine Märchensammlung von Andersens Märchen. Es ist eine vollständige Ausgabe. Also hier sind wirklich alle Märchen von Andersen drin. Und ja, es ist schon relativ dick. Es ist jetzt nicht das dickste Buch in meinem Regal, aber so war ja auch nicht die Frage oder die Aufgabe. Es hat 870 Seiten. Und ich finde, dann kann man wirklich von einem dicken Buch und seitenstarken Buch sprechen. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ich habe nicht alle Märchen daraus gelesen. Ich habe mir das mal zugelegt, als ich im Studium ein Seminar über Märchen hatte. Und da habe ich mir einmal die vollständige Sammlung von den Grimm-Märchen geholt. Auch eine wunderschöne Ausgabe. Die sieht man hier so ganz leicht hinter mir noch. Von Reklam. Und dann halt eben die hier. Die war auch total günstig von Anaconda. Ich finde die super, super schön. Und ich glaube, die hat nur 10 Euro gekostet. Und ja, falls man dann da mal ein Märchen nachschlagen möchte und mal nachlesen möchte, wo kommt denn, wo ist das Original hergekommen? Beziehungsweise von aus Andersons Feder. Da kann man das mal nachlesen. Ja, das ist das für diese Aufgabe gewesen. Wir gehen weiter zu Urlaubsflirt. Welcher Charakter wäre dein Sommerschwarm? Ja, das fand ich wieder schwierig. Ich lese ja nicht so viele Liebesromane und achte dann auch nicht so auf besondere Charaktere. Aber man hat natürlich immer wieder Lieblingscharaktere. Was aber nicht bedeutet, dass man mit dem unbedingt ein Sommerflirt erleben möchte. Ich hätte zunächst an Geralt gedacht, aber der mit seiner grüblerischen, düsteren Art passt ja so überhaupt gar nicht zu einem Sommerflirt oder einem Urlaubsflirt. Da musste schon eher was Charmanteres, ein etwas hellerer Typ, sage ich mal her. Und ich habe mich jetzt einfach mal für Sorn aus Wie Sterne so golden von Marissa Meyer entschieden. Das ist eh einer meiner Lieblingscharaktere aus dieser Reihe. Mein Lieblingspärchen ist auch Cress und Sorn. Das ist ja eine Science-Fiction-Märchenadaption. Total coole Mischung und jeder Band basiert so ein bisschen auf einem anderen Märchen. Hier geht es so ein bisschen um Rapunzel. Und ja, Sorn ist ein Raumschiff-Pilot und er ist so ein richtiger Draufgänger und so ein Sprücheklopfer. Und so richtig steckt aber nicht viel dahinter. Und ich weiß nicht, ob ich es länger als einen Urlaub mit ihm aushalten würde. Aber er ist auf jeden Fall charmant, er ist lustig. Und wenn man so ein bisschen hinter diese Draufgänger, Sprücheklopfer, Schale kommt, dann ist er auch ein wirklich sehr sympathischer Typ. Und ja, ich glaube, mit dem kann man auf jeden Fall nette zwei Wochen verbringen und sich ein bisschen amüsieren. So, was haben wir hier? Sechstens, Reise, Food Diary. Welches Buch ist kulinarisch ein Leckerbissen? Da habe ich zwei Bücher. Zum einen ist mir da sofort wieder ein Roman aus Zermonien eingefallen. Ich wollte aber ungern eigentlich zwei Zermonien-Bücher zeigen und deswegen habe ich noch ein weiteres rausgesucht. Aber weil das Zermonien-Buch jetzt genau so gut auf diese Frage passte, habe ich jetzt einfach zwei. Also ob das jetzt nur logisch war oder nicht, keine Ahnung. Also ich habe mir auf jeden Fall einmal den Schrecksenmeister von Walter Mörs rausgesucht. Hier geht es ja um Echo, das kleine Krätzchen, das sein Zuhause verloren hat und nicht mehr weiß, wohin, kein Essen zur Verfügung hat, bis ihm dann ein Angebot gemacht wird, ein Deal von dem Schrecksenmeister Icepean. Der sagt, er wird ihn jetzt eine gewisse Zeit auf höchstem kulinarischem Niveau verköstigen. Aber danach, nach diesem bestimmten Zeitraum, wird er ihm das Fell abziehen, weil er an sein Fett ran möchte für einen bestimmten alchemistischen Trank. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Jedenfalls ist das so cool beschrieben, was er ihn da alles auftischt. Also total abgefahrene Gerichte und es hat richtig Spaß gemacht, das nachzuvollziehen. Und man würde manches gerne auch mal probieren, auch wenn manches ein bisschen abgedreht klingt, wie das so bei Walter Mörs dann manchmal auch so ist. Dieses Buch habe ich so Lust, wieder zu rereaden. Und das ist ja auch auf meiner, ja, auf meiner Want-to-read-Liste oder meine Want-to-re-read-Liste für das Jahr 2020. So, und das zweite Buch, was ich euch für diese Aufgabe versprochen habe, ist Die Frauen der Rosenvilla von Teresa Simon. Denn hier dreht es sich um eine Protagonistin, die sich eine Villa zulegt und diese renoviert. Und dort im Garten, als sie da so ein bisschen rumwurschtelt, Tagebücher und Briefe findet von Frauen, die damals auch in dieser Rosenvilla gelebt haben. Und man erfährt halt auf verschiedenen Zeitebenen von diesen Schicksalen der Frauen, die halt irgendwie zusammenhängen. Und die Protagonistin, wie heißt sie, Anna, ist die Erbin einer alten Schokoladen-Dynastie. Und sie hat gerade ihre zweite Schokolaterie in der Dresdner Altstadt eröffnet. Und sie denkt sich immer wieder neue Rezepte für Pralinen und so weiter aus. Und das hat natürlich kulinarisch schon was. Und hier hinten sind auch so ein paar Rezepte drin, Pralinen. Ja, und das ist dann schon ein bisschen mundwässernd. Auch wenn das jetzt nicht so das Hauptaugenmerk ist, ist es ein größerer Teil. Oder beziehungsweise immer mal wieder was da durchblitzt und was das Ganze auch sehr, sehr schön macht. Ein schöner Familienschicksalsroman. Ich bin ja noch nicht so versiert auf diesem Terrain, habe aber Lust, da ein bisschen mehr reinzulesen. Und das war auf jeden Fall ein Highlight für mich, was ich auch wirklich so weggesuchtet habe. Die letzten 150 Seiten, glaube ich, so an ein Stück, was für mich eher selten ist. So, was haben wir noch? Siebtens, Reisesouvenir. Zeige das schönste Buch aus deiner Sammlung. Auch das war extrem schwer, weil ich habe so schöne Bücher hier stehen. Allerdings, wenn man die Bücher erstmal länger im Besitz hat, dann merkt man, ja, ich weiß nicht, dann verfliegt das so, dieses Wow, dieser Wow-Effekt. Man muss dann ab und zu mal wieder so ein bisschen den Blickwinkel ändern, damit man die Schönheit noch ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Aber bei manchen Büchern ist es auch so, die stehen lange Zeit immer mit dem Rücken zu mir und irgendwann zieht man mal die aus dem Regal und denkt, wow, das ist wirklich unglaublich schön. Ich habe jetzt aber eine Schmuckausgabe ausgesucht, die ich einfach innen sowie außen wunderschön finde. Und zwar diese wunderschöne Alice im Wunderland-Ausgabe von Lewis Carroll und illustriert von Benjamin Lacombe aus dem Jacobi und Stuart Verlag. Da gibt es einmal den ersten Teil, Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln. Es ist leingebunden, es hat Goldprägung und ja, ich finde diese wunderschönen Ranken und dann gibt es hier auch noch so goldene Pünktchen, also es ist etwas anfällig für... Ah ne, doch nicht, ich dachte, das wären jetzt hier Fingerabdrücke. Nein, das ist auch nochmal verschnörkelt. Ja, und es ist innen natürlich auch total schön aufgemacht mit vielen Illustrationen. Könnten ein bisschen mehr sein für meinen Geschmack, aber ja, Benjamin Lacombe habe ich ja euch schon in meiner letzten Rezension vorgeschwärmt, ist ein wirklich toller Illustrator. So, Reise in die Zukunft ist die achte Aufgabe. Welches Buch möchtest du unbedingt noch lesen? Ja Claudia, was ist das denn für eine Frage? Natürlich alle Bücher von meinem Sub und alle Bücher von meiner Wunschliste und natürlich noch einige mehr. Da konnte ich einfach blind in meinen Sub reingreifen, aber ich habe mich jetzt einfach mal für ein Buch entschieden, was ich unglaublich gerne lesen möchte, aber was ihr in nächster Zeit wahrscheinlich nicht in meinen Lesemonaten sehen werdet, weil noch einiges vorher gelesen werden muss. Und zwar habe ich jetzt hier einen High Fantasy-Titel ausgesucht, auf den ich wirklich Lust habe und in den ich viel Hoffnung setze. Kinder des Nebels, die nebelgeborenen Teil 1 von Brandon Sanderson in dieser schönen neuen Auflage. Ja, ich wurde ja viel enttäuscht in den letzten Jahren von High Fantasy und bin immer wieder auf der Suche nach besonderen Welten, besonders tollen Magiesystemen und Figuren, die mich catchen, wo einfach das Gesamtpaket passt. Und hier hoffe ich, dass alles zusammenkommt. Gerade von Brandon Sanderson sagt man ja, dass er toll im Worldbuilding ist und wirklich auch ein tolles Magiesystem schafft. Eine sehr gute Freundin hat davon sehr geschwärmt, aber ich höre auch andere davon schwärmen. Und gerade als High Fantasy-Liebhaber, finde ich, ist diese Reihe irgendwo ein Muss. Aber bevor ich dazu greife, möchte ich andere High Fantasy-Reihen erstmal beenden. Da habe ich einmal meinen geliebten Dämonen-Zyklus, den ich ja endlich dieses Jahr beenden möchte. Da fehlen mir eben noch zwei Bände. Und dann habe ich noch Nevernight von Jay Kristoff, das ich auch erstmal beenden möchte. Da fehlen mir eben auch noch zwei Bände. Aber ja, ich würde schon gerne dieses Buch hier dieses Jahr noch beginnen. Und es juckt mir in den Fingern. Aber es wird in den nächsten Monaten, glaube ich, erstmal noch nicht dran glauben, weil da eben vorher noch einiges anderes vorgezogen wird. Neuntens ist die Touristenfalle. Welches Buch hat sich nicht gelohnt zu lesen? Da zeige ich euch jetzt kein Buch in die Kamera, weil das nicht mehr da ist. Mir fallen da so einige Bücher aus meiner Schulzeit ein, wo ich mir denke, daraus habe ich gar nichts hervorgenommen. Mag vielleicht auch an der Einstellung liegen, dass man, oder ja, an der Art und Weise, dass man dieses Buch lesen musste. Aber ich habe jetzt einfach mir herausgepickt Der Alte Mann und das Meer von Hemingway. Obwohl das nur 110 Seiten oder so hat, war das für mich eine Qual, das zu lesen. Ich habe das in der Ausbildung, in meiner Buchhändler-Ausbildung gelesen und fand das total Banane, total öde und ich konnte da wirklich nichts draus ziehen. Deswegen nenne ich es hier. Für andere mag es ein totaler Klassiker sein, also es gilt ja auch als Klassiker und Hemingway als Autor von Klassikern, aber für mich war es nichts. Ich konnte damit nichts anfangen, aber wie immer ist es, möchte ich keine Empfehlungen geben, weil was für den einen ein Flop ist, ist für den anderen ein Top. Und deswegen, ich finde das gut, dass andere das schön finden und toll finden und dass es so viele verschiedene Geschmäcker gibt. Deswegen würde ich kein Buch jetzt irgendwie so sehr verteufeln, aber für mich war das nichts. Zehntens, zu Hause ist es am schönsten. Welches Buch spielt in Deutschland? Das ist die letzte Frage. Hier hatte ich auch einiges zur Auswahl. Ich lese jetzt zum Beispiel gerade den dritten Teil der Schatten der Hexen-Reihe. Spielt ja im Harz. Ist so ein Hexenkrimi-Mystery-Dings. Das hätte man gut zeigen können, aber da ich das dann ja wahrscheinlich im Lesemonat euch zeigen werde, dachte ich, nehme ich irgendwie mal wieder ein anderes Buch. Und ich bin auf schwarze Tränen von Thomas Finn gestoßen. Auch wenn das auch Mystery und fantastische Elemente drin hat, spielt es dennoch in einer realen Stadt in Deutschland. Und zwar ist das Staufen. In Baden-Württemberg liegt das, glaube ich. Und ja, dort soll ja der legendäre Doktor Faust einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Und hier dreht es sich um seinen Nachfahren Lukas Faust, der eben in dieser Stadt in Staufen auf ein merkwürdiges Zauberbuch trifft. Und er wird verfolgt und er gerät in wirklich sehr, sehr rasante Verwicklungen. Und er trifft auch auf Mephisto, der ihn als schwarzer Pudel erscheint, der ihm helfen möchte aus dieser Bredouille, aber natürlich auch seine eigenen Ziele hat. Und ja, das Ganze ist sehr rasant. Es ist sehr schwarzhumorig. Es hatte was von Indiana Jones, was Mystisches, was Geheimnisvolles. Und es stecken sehr, sehr viele Mythen und Sagen hier drin, was mir großen Spaß gemacht hat. Und auch darauf hätte ich mal wieder Lust, es nachzuholen. Thomas Finn ist ja eh ein Autor, der wirklich für mich schon als Lieblingsautor gelten könnte. Das war, glaube ich, sein erstes Buch, was ich von ihm entdeckt habe. Und dieses Jahr erscheint ja wieder ein neues Buch von ihm. Ein, glaube ich, wieder ein Horror-Thriller. Und das ist ja das Genre, was ich von ihm am liebsten lese. Das ist jetzt eher so eine Mischung aus Fantastik- und Thriller-Elementen. Ich weiß nicht, wie man das nennen mag. Abenteuer auf jeden Fall auch. Wie gesagt, Indiana Jones. Und kann ich allen sehr empfehlen, die diese Mischung ansprechend finden. Ja, das war der Reisebuch-Tag von der lieben Claudia. Guckt auf jeden Fall bei ihr vorbei in ihrem Original-Video. Sie hat auch ganz tolle Bücher gezeigt. Ich möchte natürlich jetzt auch ein paar Leute taggen, obwohl ich gar nicht mehr genau weiß, wen sie getaggt hat und wen nicht. Ich tagge jetzt einfach mal die liebe Steffi vom Kanal Seitengeist, die liebe Melanie Least, die liebe Jenny vom Jennys Lesestoff, die liebe Julia vom Kanal Leseritter, die liebe Jackie vom Kanal Bibliomanie, wenn sie das sieht. Und weh noch, weh noch. Ich glaube, das reicht erst mal. Es werden sicherlich noch viele andere getaggt. Ach, vielleicht noch der Buchschnack, die liebe Steffi und die liebe Sandra, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Ja, aber das soll es erst mal gewesen sein. Ich denke mal, der wird sich eh jetzt ein bisschen verbreiten und dann haben die anderen auch noch was zum Taggen. Schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, wie ihr die Aufgaben beantwortet hättet und was ihr zu meiner Auswahl sagt an Büchern. Alles in die Kommentare. Ich lese sie sehr gerne. Und ja, jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.